Eine große Herausforderung in unserem Leben ist immer wieder der Ausgleich. Ich habe gerade so ein kleines Video gemacht über die Einseitigkeit, der wir immer wieder unterliegen, gerade zu unterliegen. Und gerade, weil das immer wieder der Fall ist, weil wir uns in etwas verwurschteln, weil wir verstrickt sind, ist es so wichtig, einen Ausgleich zu finden. Und der Ausgleich bedeutet, dass etwas anderes geschehen muss, dass wir zu etwas anderem kommen sollen, dass etwas anderes notwendig ist in dem Sinne des Ausgleichs. Aber ich meine hier nochmal einen ganz anderen Ausgleich, nämlich den Ausgleich in der Hinsicht, dass nichts absolut ist, dass nichts einer einseitigen Wahrheit unterliegt und schon gar nicht einer Ideologie oder einer einseitigen Philosophie oder sonstigen Denkrichtungen, sondern das Ausgleich, die Gütigkeit bedeutet, die Gütigkeit mit sich und der Welt bedeutet, über die Dinge hinwegsehen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Über sie hinwegsehen zu können, nicht im Sinne der Ignoranz, nicht im Sinne des Aussitzens oder des Nicht-Wahrhaben-Wollens, sondern im Sinne, es gibt etwas Größeres, etwas Gemeinsames in dem Sinne des Ausgleichs. Alles ist wertvoll, alles ist wichtig. Es ist vielleicht auch so dieser generelle Begriff des Annehmens und des Anerkennens in diesen Zusammenhängen. Die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Sie sind nun mal so, wie sie sind. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als die Dinge zu nehmen. Und dann aber daraus einen Ausgleich finden zu können. Einen Ausgleich, der sich nicht krampfhaft bahnt oder krampfhaft, vielleicht krampfhaft erforderlich ist, sondern ein Ausgleich, der natürlicherweise entsteht. Der deswegen entsteht, weil wir alles im Blick haben und auch nicht krampfhaft im Blick haben. Das ist ja sehr anstrengend, wenn man das krampfhaft tut und sich dann dabei auch verausgabt, sondern auf eine lockere Art und Weise die Dinge im Auge hat. Und eigentlich nichts für wichtig und absolut richtig und all dem nimmt, sondern es relativiert und sagt, okay, das hat seinen Platz, aber es hat auch nur einen bestimmten Platz und dann kommt etwas anderes. In dem Sinne wird man dann ruhiger und gelassener. Und er kann die Welt und sich selbst besser verstehen, besser verzeihen, gütiger sein, mehr lieben, weil ich mich nicht einseitig festhake an etwas und etwas nicht für absolut richtig und wichtig halte, sondern immer wieder einen Ausgleich finde, ein Jonglieren geschieht. Das ist ja nichts weiter als ein Jonglieren, ein Ausgleich. Ich mache mal so ein Stückchen von dem und das tue ich sehr rechtschaffen und da strenge ich mich auch an. Da gebe ich mir sehr viel Mühe, ich gebe mein Möglichstes, nicht das Beste, sondern das Möglichste, das gefällt mir besser, der Ausdruck. Und dann lasse ich es aber auch wieder los und dann passiert etwas anderes und dann geschieht wieder ein Ausgleich. Also nach dem Motto, ich habe so ein richtiges Tageswerk begangen und dann ruhe ich mich auch aus. Ich darf gut schlafen. Ich darf mich ausblenden und nicht weiter an der Sache dran sein. Ich mache etwas vollkommen anderes in dem Sinne des Ausgleichs. Nichts auf der Welt, keine Einzelheit auf der Welt und in dir selber ist so wichtig, als dass wir immer wieder penetrierend damit umgehen müssten. Das braucht es nicht. Sondern der Ausgleich winkt, er lauert quasi an jeder Ecke. Und plötzlich kriege ich so ein großes Gefühl immer wieder in dem Sinne. Was kümmert es mich, wenn das und das und das ist? Was wird mich kümmern? Und da ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man sich in die Zukunft hinein interpoliert. Wie wird das in fünf Tagen sein oder in drei Tagen, die Thematik, egal ob positiv oder negativ, die ich gerade habe? Sie wird anders sein, natürlicherweise anders sein im Sinne eines Ausgleichs. Das macht ein ruhigeres, ein gelasseneres, aber auch intensives Leben aus.